Was geht ab, Leute? Ihr wisst ja, wenn ich so ein Trikot an habe, dann geht es meistens um Fußball. Heute will ich einfach mal ein bisschen querbeet über dieses Thema reden. Erstens, die Entwicklung, die ist katastrophal. Also meiner Meinung nach sollte Fußball und Sport, Fußball und Sport bleiben und nichts, aber auch gar nichts Politisches in irgendeiner Form beinhalten. Zweitens, diese Kommerzialisierung, wie wir sie im Fußball erleben, die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg, tja, da bin ich komplett raus. Denn das ist eine Entwicklung, die werde ich definitiv nicht supporten mit meinem Geld. Zum Beispiel dieses Trikot, wenn ich es im Laden kaufen würde, müsste ich sicherlich 70 bis 100 Euro zahlen und das mache ich im Leben nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe es in der Türkei gekauft. Kann man jetzt gutheißeln, kann man nicht gutheißeln, ist mir relativ egal, ihr kennt meine Meinung. Drittens, wenn ich jetzt alle Spiele von meinem Lieblingsverein legal verfolgen wollen würde, wie viele Mitgliedschaften bräuchte ich nochmal? Wie viel Geld müsste ich monatlich für diese Mitgliedschaften bezahlen? Zum Glück gibt es auch andere Wege, oder? Ich glaube, die Pros, die wissen, was ich meine. Aber nochmal, ich bin der letzte Mensch, der urteilt und wenn jetzt jemand wirklich den Verein supporten möchte und immer die neuen Trikots kauft und alle Mitgliedschaften hat, ja, dann soll er das machen. Kein Problem. Worauf ich jetzt hinaus will, Früher war Fußball ein Volkssport und zwar für alle Menschen. Mittlerweile, wenn man wirklich legal diese Vereine supporten möchte, alle Spiele anschauen möchte, das kann sich doch keiner mehr leisten beziehungsweise will sich keiner mehr leisten, oder? Was denkt ihr? Wer bezahlt diese Rekordgehälter für Mbappé oder die Transfers nach Saudi-Arabien oder jetzt den Messi-Transfer nach Miami? Das sind wir. Und zwar vielleicht nicht nur mit den Einschaltquoten oder mit den Trikotverkäufen. Nein, das wird auch anderweitig geregelt. Bis hierhin soweit so gut. Die Entwicklung gefällt mir einfach überhaupt nicht. Aber jetzt, jetzt sind wir an einem springenden Punkt, wo es nicht mehr nur um Fußball geht. Nein, mittlerweile ist die Ideologie fast über der Leistung angesiedelt. Und das kann doch nicht wahr sein, oder? Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal den Transfer von Nmetscha nach Dortmund. Ich weiß ja nicht, ob ihr diesen Shitstorm über Nmetscha mitbekommen habt, aber zum Beispiel hat er das bei Insta gepostet in seiner Story und deswegen gilt er jetzt in linken und woken Kreisen als homophob. Die LGBTQ-Community hat sich komplett von ihm distanziert und Dortmund wollte den Spieler fast nicht kaufen, weil Nmetscha anscheinend gegen die Grundwerte vom Verein verstößt. Der Transfer hat jetzt doch stattgefunden und zwar kriegt ein Nmetscha eine Klausel im neuen BVB-Vertrag. Bei Homophobie muss er bezahlen. Hier steht es nochmal genauer beschrieben. Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichtet jetzt, dass dem Nationalspieler eine Vertragsstrafe in Millionenhöhe droht. Sollte er in den sozialen Medien gegen die Grundwerte des Vereins verstoßen. Darin bekennt sich Dortmund auch klar gegen Homo- und Transphobie. Digga, auch ich bekenne mich gegen diese Homo- und Transphobie. Ist doch ganz klar. Leben und leben lassen. Aber soll ich euch was verraten? Ich kenne viele Menschen, die selber homosexuell sind und was gegen diese LGBTQ-Community haben. Und dann fragt sich wirklich noch einer, warum diese ganzen Stars aus der Filmbranche, aus der Musikbranche, aus der Sportbranche so adlatt durchs Leben gehen, also keine kritische Meinung mehr haben und nur noch Vogue eingestellt sind. Tja, ich kann euch sagen warum. Weil sie sonst eine Vertragsstrafe riskieren. Und keiner will das. Keiner will seine eigene Karriere gefährden. Könnt ihr euch noch an diese One-Law-Binden-Debatte erinnern oder an dieses Zeichen von den DFB-Stars? Tja, fast niemand von diesen Stars wollte da eigentlich mitmachen. Kam hinterher alles raus. Nur ein bis zwei haben sich dafür ausgesprochen. Alle anderen haben mitgemacht, weil sie eben keine Lust auf Konsequenzen hatten. Kommen wir nochmal zurück auf diese Instagram-Postings von den Matcha. Erstens, warum sollte das Ganze homophob sein? Habt ihr schon mal wirklich eine Aussage von den Matcha gehört, dass er sich als homophob bezeichnet hat? Also ich nicht. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Zweitens, es ist doch seine eigene Meinung. Wir wollen doch, dass Menschen ihre eigene Meinung behalten. Meinungsfreiheit. Und drittens, und das finde ich jetzt das Krasseste, wir haben jetzt das Gefühl, dass alle, die den BVB supporten, also die Fans, sich gegen diesen Transfer aussprechen. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen auf der Seite von den Matcha sind. Auch hier, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Seid ihr für diesen Transfer oder seid ihr gegen diesen Transfer? Und ich rede jetzt nicht von der sportlichen Leistung, obwohl das eigentlich der Hauptgrund sein sollte. Nein, ich meine damit, findet ihr gut, was dieser Endmatcher gemacht hat. Also seine eigene Meinung kundgetan hat. Oder sagt ihr, oh mein Gott, das geht gar nicht. Würde mich wirklich mal interessieren. Denn ich finde es definitiv gut. Ich habe keine Lust auf solche altlatte Sportler, Sternchen innen wie Philipp Lahm, also nicht zu nahe treten. Super Typ, also was Fußball angeht. Aber habt ihr seine Interviews gehört? Hey, man schläft ein. Wir brauchen wieder Menschen mit Charakter, die einfach mal aussprechen, was Sache ist. So zum Beispiel wie ein Mario Barca, der jetzt analysiert und einfach mal raushaut. Solche Menschen brauchen wir. Und nicht alle, die nachplappern, was eben Vogue ist und Angst haben vor Themen, die man nicht in der Öffentlichkeit sagen darf, weil man eben sonst vielleicht in die rechte Schublade gesteckt wird oder als homophob abgestempelt wird. Passend dazu dann eben auch dieser ältere Artikel von der Welt, Felixen Metschers Gesinnung beschäftigt den DFB. Felixen Metscher hat seine ablehnende Haltung zu queeren Geschlechtsidentitäten mehrfach deutlich gemacht. Mit seinem Posting stellt er den DFB vor die Frage, wie viel der vom Verband eingeforderten Authentizität tatsächlich gewünscht ist. Das ist die Meinungsfreiheit in Deutschland. Getreue dem Motto, du kannst zwar alles sagen, aber mit den Konsequenzen musst du leben. Und da keiner mit den Konsequenzen leben möchte, tja, deswegen haben wir keine Meinung mehr in Deutschland oder eben nur noch die Voke-Haltung. Seid ihr dran? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Ansonsten abonniert den Kanal und wenn ihr schon dabei seid, abonniert auch diesen Kanal hier für alternative News. Jetzt bin ich raus. Haut rein. IímХn-Höhn-Höhn-Höhn-Höhn-Höhn-Höhn. Vielen Dank.